Guten Abend allerseits. Wir sind spät dran, also fange ich direkt an. Manche kennen mich vielleicht als Kristen Megan, das Großmaul, das Freiheit durchsetzen will. Ich schreibe für Infowars.com und das Next News Network und noch ein paar andere alternative Nachrichtenseiten. Ich möchte euch eine kleine Geschichte über meine vorherige Identität erzählen. Ich war vormals bekannt als Sergeant Kristen Edwards. 2001 wusste ich nicht wirklich, was ich mit meinem Leben anfangen soll und ich hatte ein paar Freunde, die zum Militär gingen. Es schien, dass ihnen das College finanziert wurde und dass sie großartige Dinge taten, um diese Nation zu verteidigen. Also habe ich 2001 meine rechte Hand gehoben und geschworen, die Verfassung zu ehren und zu beschützen. Ich war damals unwissend. Die Verfassung war für mich nur ein Thema aus dem Geschichtsunterricht in der High School. Ich hatte sie nicht gelesen. Während meiner Laufbahn war ich überall im Land und überall auf der Welt stationiert. Ich begann in England als bioökologische Technikerin. Falls euch das nicht sagt, kennt ihr vielleicht Osha? Hat jemand von Osha gehört? Ich war im Gesundheitsbereich. Bei meinem Job ging es darum, die Belastung für das militärische Personal zu messen, bei allem, was die Luftwaffe tat. Wie wirkte es sich auf ihre Gesundheit aus und wie wirkte es sich auf die Umwelt aus? Ich war fast zehn Jahre bei der Luftwaffe. Ich sage gerne, das waren die besten zehn Jahre meines Lebens. Aber ich möchte euch von einem Tag erzählen, der mein Leben verändert hat. Meine zweite Basis war in Oklahoma City, die Tinker Luftwaffenbasis. Wie viele von euch haben von Geoengineering oder Chemtrails gehört? Wie viele von euch haben gehört, dass das eine verrückte Verschwörungstheorie ist? Ich möchte euch eine Frage stellen. Sehe ich verrückt aus? Spreche ich mit Pflanzen oder bin ich rückwärts auf die Bühne marschiert oder trage ich einen Hut aus Alufolie? Ich bin nicht verrückt. Während meiner gesamten militärischen Laufbahn habe ich keine Beförderung verpasst. Ich hatte vier Streifen auf meiner Schulter. Ich hatte unglaublich viele Medaillen. Ich war ein vorbildlicher Staff Sergeant der US Luftwaffe. Ich wurde dann aufgrund meiner herausragenden Laufbahn für eine spezielle Operation in eine andere Basis verlegt. Als ich in der Tinker Luftwaffenbasis war, hörte ich bereits von Geoengineering. Damals dachte ich, jo, das sind verrückte Verschwörungstheoretiker. Ich nehme an, wir haben alle von Alex Jones von infowars.com gehört. Von diesem Mann dachte ich, dass er ein Verrückter war, ein Spinner, der in einem Bunker lebt. Ich hatte ihn gemieden, weil ich dachte, der Typ kapiert das einfach nicht. Hatte er jemals seine Uniform an? War er jemals da draußen, um sein Land zu verteidigen? Es war das Jahr 2007, als ich das erste Mal von Geoengineering hörte. Danach fange ich an, das Puzzle zusammenzusetzen, wie wenn man denkt, dass der Ehemann oder die Ehefrau fremd geht, und irgendwann verbinden sich dann alle Punkte. Zu meiner Arbeit als bioökologische Technikerin gehörte es, Gefahrenstoffe zu überprüfen, die in die Basis kamen. Egal ob es eine Farbspuridose war oder ein Lösungsmittel für Öl, das man benutzte, um die Flugzeuge zu entfetten, ich saß am Computer und bestätigte diese Gefahrenstoffe und registrierte sie für einen bestimmten Vorgang in einem bestimmten Gebäude. Wie wir alle wissen, werden manche Dinge beim Militär geheim gehalten, richtig? Meine Geheimhaltungsstufe besagte, dass ich nur das wusste, was für meinen Job notwendig war. Als ich dann bei einer Überprüfung des Luftwaffenformulars 3952 für die Genehmigung von Gefahrenstoffen Barium, Aluminiumoxid und Strontium sah, was alles von einem Unternehmen kam, dessen Name nicht dabei stand, was nicht normal war, dabei gar nicht zu begreifen, dass all diese verrückten Verschwörungstheoretiker vielleicht gar nicht so verrückt sind. Ich lebte 2008 weniger als eine Meile entfernt von der Landebahn der Tinker Luftwaffenbasis in Oklahoma City und als ausgebildete Industrie-Hygienikerin habe ich also auf eigene Faustbodenproben genommen. Falls ihr euch nicht so gut mit Chemie auskennen solltet ihr wissen, dass es in der Erde natürliche Elemente gibt. Aluminium gehört dazu. Aber Barium, das radioaktiv ist, und Strontium gehören nicht dazu. Ich nahm also diese Proben und fand heraus, dass die Grenzwerte in meiner Nachbarschaft schwindelerregend hoch sind. Und ich erkannte, dass diejenigen meiner Kollegen, die versuchten, uns im Militär aufzuwecken, Recht hatten. Zu dieser Zeit musste ich mich entscheiden, ob ich mich weiter verpflichten sollte. Ich stand auf der Kippe und war schwanger mit meiner jetzt neun Jahre alten Tochter. Sie läuft hier irgendwo rum. Und ich dachte, dieser Job war mein Lebensunterhalt. Sollte ich das in Frage stellen oder weitermachen? Und ich war ignorant genug, weiterzumachen, um mich weiterzuverpflichten. Ich erhob wieder meine rechte Hand und schwörte auf die Verfassung, die ich immer noch nicht gelesen hatte. Von Oklahoma City wurde ich dann in die Warner Robins Luftwaffenbasis 90 Meilen südlich von hier versetzt. Weiß jemand, wo das ist? Ja, das ist das große Drehkreuz hier in Georgia, mit dem das Militär finanziert wird. Es arbeiten eine Menge Zivilisten dort, 85% Zivilisten und 15% Militärpersonal. Ich wurde also wegen meines professionellen Hintergrunds in die Warner Robins Luftwaffenbasis verlegt, weil ich so ein herausragender Unteroffizier war. Deshalb wurde ich von einer Depot- und Standsetzungsbasis in eine andere Warner Robins verlegt. Als ich in der Warner Robins Luftwaffenbasis arbeitete, dachte ich, ich würde mein Land an der Heimatfront verteidigen und sicherstellen, dass all diese Leute da draußen an der Front sicher waren vor krebserregenden Stoffen, Strahlung, Schadstoffen in der Luft und im Wasser, Lärm und so weiter. Mein Job war es, sie zu beschützen, sodass sie ihren Job optimal ausführen konnten. Ende 2009 stolper ich dann über etwas, das mein Leben verändert hat. Ich erfuhr von einer Operation in der Warner Robins Luftwaffenbasis, bei der tausende Zivilisten krebserregenden Stoffen ausgesetzt wurden. Falls ihr euch nicht mit OSHA oder generell mit der Industrie- und Baugeschichte auskennt, es gibt verschiedene Stoffe, die als Gefahrenstoffe bezeichnet werden. OSHA bestimmt die Grenzwerte, zu welchem Ausmaß Angestellte diesen Stoffen ausgesetzt werden dürfen. Was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass diese Angestellten mehr als 100 Mal so viele Gewahrenstoffen ausgesetzt wurden, als diese Grenzwerte erlaubten? Das sollte euch vermutlich Angst machen. Krebserregende Stoffe stellen eine akute und direkte Gefahr dar. Die Leute wurden krank, sie bekamen Krebs. Sie hatten Geschwüre in ihrem Mund aufgrund der Belastung durch Strontiumchromat, ein krebserregendes Metall, das bei Militäroperationen verwendet wird. Als ich diese Dinge in der Tinker Luftwaffenbasis in Oklahoma und in der Warner Robins Luftwaffenbasis in Georgia entdeckte, widersprach das allem, das ich wusste, oder von dem ich glaubte, dass ich es wusste. Ich dachte, wir waren Helden, ich hatte vier Streifen auf meinem Arm, elf Medaillen auf meiner Uniform, und ich dachte, ich würde mein Heimatland verteidigen. Ich habe dann meinen Kommandeur darauf aufmerksam gemacht, dass diese Leute diesen hochgiftigen Gefahrenstoffen ausgesetzt waren, die die Leute krank gemacht haben. Ich habe ihnen darüber in Kenntnis gesetzt, ich hatte Luft- und Bodenproben genommen. Und diese Leute waren dann tatsächlich dumm und ignorant genug, mir schriftlich zu drohen. Und das, obwohl ich eine perfekte Akte hatte. Es gab nie irgendein Verfahren gegen mich, keinen negativen Aspekt in meiner Laufbahn. Ich war ein Vorzeigeunteroffizier der Luftwaffe. Mir wurde gesagt, dass wenn ich die Angestellten darüber informieren würde, wozu ich gesetzlich verpflichtet war, dass sie diesen Gefahrenstoffen ausgesetzt waren, dass mein Kommandeur das Recht hatte, mich für bis zu 120 Tage in einer psychiatrischen Klinik einzusperren, ohne dass mir irgendwelche Fragen gestellt werden würden. Meine Tochter war zu dieser Zeit fünf Jahre alt. Ich wurde gefragt, wer kümmert sich denn um deine Tochter, denn ich war geschieden. Man drohte mir, mich in eine psychiatrische Klinik zu stecken, dafür, dass ich meinen Job machen wollte. Man drohte mir, mir mein einziges Kind wegzunehmen, das ich über alles liebe, nur weil ich versuchte, das zu tun, wofür ich ausgebildet wurde, die Arbeitskräfte zu beschützen. 2001 ging ich zur Armee. Ich hatte vier Streifen auf meinem Arm, elf Medaillen an meiner Uniform. Und an nur einem Tag änderte sich mein Leben. Dieser Tag war der 27. Oktober 2010, als ich die US-Luftwaffe verließ, nach zehn Jahren auf dem halben Weg zur Pensionierung, nach der ich komplett frei gewesen wäre. Aber ich verließ die Luftwaffe als Whistleblower. Ich bekam Morddrohungen, ich wurde verfolgt, meine Telefone wurden abgehört, Journalisten standen vor meiner Haustür, ich war arbeitslos. Ich hatte die US-Luftwaffe ehrenhaft als Whistleblower verlassen. Als ich in der Luftwaffe war, dachte ich, ich wäre ein amerikanischer Held, wie man allgemein so über Menschen in Uniformen denkt. Aber als ich erkannte, dass wir nicht wirklich ehrlich waren und dass die Grundwerte, die die Luftwaffe mir beibrachte, nur leere Phrasen waren, hat sich mir der Magen umgedreht. Nachdem ich die Luftwaffe verlassen hatte, arbeitete ich für das Kriegsveteranenministerium, obwohl ich davon ausging, dass ich für alle Regierungsjobs auf einer schwarzen Liste stehen würde. Ich weiß nicht genau, warum ich mich für einen Regierungsjob entschieden habe, aber er war leicht zu bekommen, weil ich behindert und Veteran war. Als ich im Kriegsveteranenministerium arbeitete, dachte ich, ich könnte die Dinge ändern. Und wisst ihr, was ich beobachtet habe? Wie viele von euch sind Veteranen? Einige. Ich will euch von einem kleinen Programm des Kriegsveteranenministeriums erzählen. Wenn man mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt, Depression, Angst, einem Alkohol- oder Drogenproblem, dann verschreiben sie einem Psychopharmaka. Sie setzen dich auf diese Substanzen, für diese Provisionen von den großen Pharmaunternehmen bekommen. Und wenn du dann süchtig nach diesem Zeug bist, stecken sie dich in ein Programm namens DDTC. Das bedeutet Drogensuchtbehandlungszentrum. Nachdem sie dich also von diesen Medikamenten abhängig machen, von denen sie profitieren, stecken sie dich in ein Programm, für das sie Gelder von der Regierung bekommen. Sie stecken dich in eine Entzugsklinik. An die Veteranen unter euch, ich würde zweimal darüber nachdenken, was für eine Art der Fürsorge euch in diesen Einrichtungen für Veteranen zuteil wird. Ich weiß, dass wenn ich als ehemaliger Angestellte so etwas sage, dann macht mich das zur Zielscheibe. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Denn ich würde euch sagen, was der Unterschied ist zwischen 2001 und 2013. Ich habe meine Verfassung gelesen. Vorwärts und rückwärts. Ich habe die Unabhängigkeitserklärung gelesen. Ich habe alles gelesen. Ich stehe hier und ich gebe zu, dass ich eine ignorante Armeeangehörige war, die dachte, dass sie ein Held war. Aber wisst ihr was, ich sehe mich jetzt als Zelt, mit dem, was ich jetzt tue. Nachdem ich meine Karriere als industrielle Hygienikerin aufs Spiel gesetzt habe und jetzt so im Privatsektor arbeite, nachdem ich das Kriegsveteranenministerium verlassen habe, als Mitwirkende bei Infowars.com, beim Next News Network und auf verschiedenen Wegen, auf denen man seine Botschaft verbreiten kann, erkannte ich, dass ich nicht bei all diesen Dingen hängenbleiben will, die mein Leben so negativ veränderten, sondern hier bin, um mich selbst zu erlösen. Und ich frage die Veteranen unter euch, aber auch die Zivilisten, was tut ihr in eurem Beruf? Arbeitet ihr im medizinischen Bereich? Arbeitet ihr an einem Flughafen? Wo arbeitet ihr? Und was seht ihr dort? Denn ich garantiere euch, wenn ihr einen Schritt zurücktretet und die Punkte verbindet, werdet ihr Dinge sehen, die ihr vorher nicht begreifen konntet. Ich bekämpfe den Hass und die Desinformanten, die versuchen, meinen Ruf zu ruinieren. Und für jede negative Information, die ich über mich im Internet finde, was mich echt anpisst, entschuldige Wortwahl, hole ich mehr Dokumente raus, die ich mitgenommen habe, bevor ich die Luftwaffe verlassen habe. Ich habe sie aufbewahrt und ich veröffentliche sie. Und ich schicke sie an meine Angehörigen überall im Land. Und meine Freunde sagen mir, dass ich vorsichtig sein soll. Wisst ihr, was ich ihnen sage? Vorsichtig mit was? Ich war in der US-Armee. Sie haben meine Sozialversicherungsnummer, meine Adresse, meine Handynummer. Sie können mich finden. Worum ich euch hier heute bitten möchte, bevor ich gehe, ist, wenn ihr jemanden in der Armee kennt oder einen Veteranen, konfrontiert sie mit diesen Informationen. Das gebetet die Sorgfaltspflicht. Egal, ob ihr mit sogenannten Verschwörungsseiten wie InfoWars.com oder Prison Planet übereinstimmt oder nicht, egal, ob ihr an Geoengineering oder Chemtrails glaubt oder nicht, dann glaubt mir, ich habe es aus erster Hand erfahren. Das ist nichts, wofür ich bekannt sein möchte. Das macht mich zur Zielscheibe. Ich möchte euch bitten, die Veteranen in eurem Familien- und Freundeskreis zu ermutigen, aufzustehen. Leistet euren Beitrag. Verteidigt eure Nation. Tretet den Oath Keepers bei. Nehmt Verbindungen zu alternativen Medien auf. Unterstützt die Künstler und Musiker hier. Das alles bewegt etwas. Leute kamen zu mir und fragten mich, warum tust du, was du tust? Wir können doch nichts zahlen ändern. Ja, ich weiß, dass die TSA gegen die Verfassung verstößt, aber was kann man schon dagegen tun? Ich will euch sagen, ich habe etwas dagegen getan. Ich habe Dokumentarfilme und TV-Sendungen produziert. Ich arbeite an Dingen, über die ich noch gar nicht reden kann, damit sie nicht zensiert werden, bevor sie veröffentlicht werden. Du kannst etwas ändern. Merke dir diese Zahlen. 2001 sagte ich, ich würde etwas Gutes tun. Vier Streifen auf meinem Arm, elf Medaillen auf meiner Brust. Einen Tag, der mein Leben veränderte. Welcher Tag wird dich verändern? Dein Glauben her wird kommen. Er wird dich direkt betreffen und dann wirst du dich an das hier erinnern. Also bitte, steh auf. Untersuch sorgfältig und selbstständig. Und unterstütz die Soldatinnen und Soldaten, indem ihr sie aufklärt. Vielen Dank.